Die Appendectomie ist ein OP-Verfahren, bei dem der Appendix fermiformis aufgrund einer akuten Appendizitis entfernt wird. Die Vorteile der laparoskopischen Herangehensweise liegen in der kurzen, postoperativen Verweildauer im Krankenhaus, einer schnelleren Genesung und damit Rückkehr in den Arbeitsprozess, einer geringeren Wundinfektionsrate und der insgesamt in niedrigeren Morbidität und Mortalität. Demgegenüber stehen die längere Operationsdauer sowie die damit verbundenen erhöhten Kosten. Ein weiterer Vorteil der Laparoskopie liegt in der Option, zeitgleich eine Exploration der Bauchhöhle vorzunehmen. Dabei können Differenzialdiagnosen wie zum Beispiel Adnexitis, Endometriose oder meckerlische Differtikulitis ausgeschlossen werden. Dankeschön! Tiernökforz, Strömm ducks Differenzialdiagnosen Differenzialdiagnose